Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fiesta Online. So, wir haben jetzt ein paar, oder ich habe ein paar Steinchner stellt und wir haben unsere Waffen verbessert. Der Typ hier auf seinem komischen Rentier hier ist ein Feigling, wo es seine Waffe nicht weiter aufwerten. Meine sieht jetzt so aus, auf Stufe 6. Und ja. Es geht nun weiter. Ja, in den Nebelwald. Ach dann, na doch, ich kann da ja auch noch Steinchin kaufen. Ja. Willst du schon wieder hin? Nur noch hier. Ja. Ich habe deinen Abstecher eben gesehen. Tja und? Warum hole ich dich ein? Ich bin schneller, also wir sind gleich schnell. Ja, weiß ich doch. So, ich muss erstmal neue Steinchin hier kaufen. Ja, aber nicht verkehrt. Ah, ich habe nämlich kaum noch Mannersteine. Ja. Ach, hier kann man auch nochmal ins Zauber kaufen. Ja, was kann man bei dir kaufen? Oh, bei dir kann man Waffen kaufen. Also, Rüstung kaufen. Das aber... Hier. Okay, dann folge mir. Ich folge dir sozusagen quasi. Nicht. Circa. Oh, falsche Richtung. Na ja. Kann ja mal vorkommen. Mal wieder. Ach, Mann. Ja, ey. Nun übertreib mal nicht. Vorne übertreiben ist das eine Tatsache. Du tust ja so, als wenn ich ständig falsch laufe. Freuen die so tun. Es ist ja so. Das Reittier ist defekt. Da kann ich doch auch nichts für. Ach, ich dachte, du bist schneller als ich. Bin ich ja auch. Ich bin nur später losgegangen. Ja. Oh, siehst du? Eingeholt. Tada. Ja, eingeholt. Aber nicht vor mir da. So, was brauchst du denn? Junger Padawan. Besseren Nerven. Du spinnst wohl. Hä? Was brauch ich denn? Hier brauch ich gar nichts. Das ist ganz cool. Ich brauch jetzt hier. Ich muss zu den Maras. Zum Beispiel. Oder das Lager von Kals-Symbol. Kals-Mutter-Symbol. Das Symbol von Kals-Mutra. Okay. Warte da. Hier ein. Okay, ich weiß, zu welchen Teleporter wir müssen. Ich will nur noch mal kurz meinen Bogen austesten. Weiter. Den Bogen. Aber die sind nicht auf meinem Niveau. Oh, ich weiß nicht. So, so. Äh. Wir müssen auch immer noch ein Screenshot haben, aber für den letzten Part glaube ich noch. Das ist wohl das geringste. Warte, komm mal hierher, komm mal hierher. Ja, ja. Willst du denn nicht mit... Stell dich mal schräg zu mir. Jetzt soll ruhig auf deinem Reitier bleiben. Äh. Das hier haben wir für den letzten Part. Ich werde es wieder anschalten. Wir können weiter. Ja, was denn? Oh Mann ey. Ja, ne, alles gut. Passt schon. Alles in Dortmund. Juh, ne, da will ich nicht hin. Auch nicht. Warum sagst du dann sowas ekelhaftes? Ich will damit nichts. Mich interessiert die Stadt einfach nur nicht. Kommen wir nicht mit deinem Fußballkrempel da an. Das ist kein Fußballkrempel. Okay, dann kommen wir nicht mit deinem... Naja... Verrückter. Oh, guck mal. Hier ist ein Turm. Hast du den gesehen? Oh, das ist ja ein großer Turm. Boah. Scheiße. Du riechst dich voll durcheinander. Wieso, du weißt doch, wo es lang geht. Du kennst ja Spiele auswendig. So gut wie. Und? Hier, komm. Darfst du mal ein bisschen vorlaufen. Darf mal ein bisschen vorlaufen? Ah. Hier. Da. Da ist ein Turm. Jetzt sehe ich ihn ja. Von der Brücke aus habe ich ihn nicht gesehen. Ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Sie ist einfach verrückt. Oh, ich bin hier direkt bei meinen Viechern. Du kannst... Du darfst ruhig... Du hast die Erlaubnis auch abzusteigen. Du darfst mir auch gerne helfen. Ja, Moment. Oh. Oder einfach... Aha. Wie deine Wappe einfach nur so billig am Leuchten ist. Mir doch egal. Oh, ich brauche Siegel von Kyle, Piraten und ruhiges Gildendokument. Ja, ich weiß. Da gehen wir ja auch jetzt gleich hin. Ich sag ja nur... Ich habe gerade ein bisschen meine Angelegenheiten. Ne, den smarten Pheno lasse ich mal lieber. Den greife ich mal lieber nicht an. Wieso? Ist noch nur zwei Level über dir? Warum ja. Was ist das nun für ein Angsthase? Na gut, dann greife ich ihn an. Dann lass mich ihn aber auch alleine kaputt machen. Ja, endlich habe ich einen Angriffs-Zauber. Oh, schön. Ja, nachdem du behauptest hast, dass er ja nicht in deinem Inventar dann ist. War er auch nicht. Ja. Inventar war er nicht. Ja. Warum wohl? Warum war er wohl nicht im Inventar? Ja. Ja, weil er keinen Bock hatte. Weil es äh... Ne? So. Jetzt. Jetzt. Hier. Da ist ein Siegel. Das würdest du nehmen. Mach ich. Hab ich. Ich werde das Ganze nicht mehr nehmen. Das kann ich abgeben. Yeah. Jetzt brauche ich Piraten, Matrosen und Elite-Piraten. Hier ist wahrscheinlich einer. Mach ich hier ja gerade fertig. Oh, jetzt greifen sie mich zu zweit an. Ich sehe schon, komm, ich kippe dich wieder um. Du hast mich wieder in den Tod geschickt. Danke. Wieso ich? Was kann ich denn dafür, wenn du die Leute angreifst? Dir ist schon klar, dass ich dir das jetzt Ewigkeiten vorhalten werde, oder? Naja, ich hab dich nicht in den Tod geschickt. Doch, hast du. Nein, den Schuh wohl ich mir gar nicht erst anziehen. Doch, hast du. Nein, den Schuh wohl ich mir gar nicht erst anziehen. Hab ich nicht. Den Schuh ziehst du dir sehr wohl an. Nein. Ja. Ich habe dir geholfen. Oder zumindest versucht zu helfen. Apropos, ich bin übrigens Level 20. Ja, back dir ein Eis. Eis kann man nicht backen. Doch. Also an sich, nein, nein. Du kannst es überbacken, ohne dass es schmilzt. Ja, ja, das weiß ich. Aber du kannst kein Eis backen. Nein, das geht natürlich nicht. War ja vollkommen abstrus. Wäre ja so, als wenn mir jemand sagen würde, dass er in der Abbrücke ein Turm war. Das ist ja vollkommen themlich. Das geht ja gar nicht. So. Warum kann ich dir nicht als PvP hier? Einen in die Fresse hauen. Ist nicht, Fräulein. So, ich brauch Piraten. Ich brauch auch so vieles. Ja. Pirat? 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 Du bist ein Pirat. Sehr schön. Ach ja. Du musst jetzt unbedingt nur Level 20 werden. In dieser Folge. Schauen wir mal, was passiert. Spätestens in der nächsten. Spätestens in der nächsten. Puh. Erfahrung. Hast du in den nächsten drei Tagen nochmal Zeit? Klar. Also, vor Silvester auf jeden Fall nochmal, ja. Ja. Gut. Weil ich hab hier ne Boosterkarte für drei Tage und die würde ich jetzt ungern verfallen lassen. So, weil du mal wieder keine Zeit hast. Das ist ja auch Blödsinn. Wer soll das von Blödsinn? Das ist ja Blödsinn. Das ist Blödsinn. Ich hab's nämlich jetzt aktiviert. Also, du musst jetzt in den nächsten drei Tagen Zeit haben. Ich hab keine andere Wahl mehr. Meinst du? Ja. So. Ja, klar kriegen wir hin. Ich denke Mittwoch. Mittwoch. Warum kann ich nicht garantieren, aber Mittwoch. Mittwoch. Super. Ja. Ich weiß. Ich weiß. Mir die Karte. Super. Komm, ihr braucht die Karte. Boah, Mami hat die Karte schon. Was? Du hast die Karte schon? Ja, ja. Die eine Karte, die ich hier gerade aufgesammelt hab, die hat sie schon. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall Schleim C brauche ich. Pinky brauche ich auf jeden Fall noch eine Karte. Mara Elie. Pilde brauche ich immer noch die Karte. Mara Elite braucht auch eh. 2k. Pinky brauche ich sogar noch 2k. Oh, und wir können uns im Mare nach weit kümmern. Es ist doch gut. So, Quest abgeben. Quest abgeben. Oh, ich bin Level 18. Da und ich. Zum Fuss. Die ersten Aufgaben kommen. Du musst schon richtig aussprechen. Geheimnis des Goldenen Berges. Ja, komm, nehmen wir einfach mal an. Ja, wir gehen auch gleich mal kurz meine durch, wenn du deine fertig bist. Wenn du deine fertig bist, dann kommt das Deutsch. Jetzt. Habe ich doch schon eigentlich angenommen. Bist du Städter werden? Ja, annehmen. Ja, kommt da heute noch mal was? Ja, dieses Ja, mal funktioniert mit der Leer-Taste mal nicht. So. Ähm. Der Abgrund. Steht nur der Abgrund. Lehrmeister Ruby. Äh, mach einfach mal ja. Wo nicht steht, mach einfach ja. Okay. Gratis XP. Okay, why not. Kevin-Jagd. Acht Joker-Käbinger. Äh, ja. Musst du gerade überlegen. Alles gut. Äh, Smarter Fino. Acht Stück. Ja. Schnelle Schildies, wiederholbar. Ja, unbedingt. Äh. Nochmal fünf Joker-Käbinger. Ja. Vara Stufe 19. Ich brauch dich gleich. Ja, Moment. Äh, alter Edelstein-Staub und alter Geister-Staub. Hast du die im Inventar? Nein. Dann nicht. Okay. Die Geschichte von Ruhm, da steht nichts. Deswegen nehmen wir sie mal einfach an. Wahrscheinlich wieder gratis XP. Gehen wir auf, wenn du labern. Irgendwas hat's auf jeden Fall gebracht. Äh. Schnelle Schildies. Ja. Acht. Ja. 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 Ja, ich wollte so ein Schaf imitieren. Okay. Wieso nimmt er die jetzt schon wieder nicht an? Achso, nee. Ein Fehler. Nee, das war nicht. Das war auch nicht. Das auch nicht. Ja gut, dann haben wir erstmal alles. Das heißt, wir brauchen... Ich brauche jetzt hier drei Matrosen, die die Piraten durchgegeben. Das war der Kino. Okay, du hilfst mir jetzt mal ganz kurz bei Mara. Ja. Ja. Ich muss mich zumindest heilen, weil ich will versuchen, die Karte zu kriegen. Ich kann mich in der Zeit nicht aufs... Ich bin ja nicht komplett aufs Heilen. Oh Gott, das ist viel spannend. Ich bin ja nicht aufs Heilen. Ich bin ja nicht aufs Heilen. Oh, jetzt läuft's wieder. Yo. wir kriegen dich wir kriegen dich du kannst dich nicht verstecken du hast doch du hast die karte hat doch angefallen lassen karte zwar keine es aber eine karte gut karte brauche ich sie jetzt nicht mehr mara elite was ich noch brauche dann brauche ich demnächst noch eine mara s karte die könnte ein bisschen schwierig werden so was brauchtest du jetzt hier erst mal jetzt drei matrosen drei elitepiraten schnelle schildes und so weiteres mata das matafino joker kämen joker kämen und schnelle schildger schnell schildes okay da hinten wo rennst du in die falsche richtung hier sind die piraten mach dir hier hinten mal die matrosen ich weiß nicht ob du die dahinten auch erwischt bist du jetzt eigentlich zumindest die matrosen glaube ich haben ne einen achso einen habe ich erst achso ja gut dann ging das wirklich nicht weil du zu weit weg warst und arbeit umsonst geleistet hier ist doch für dich keine arbeit dinge haust du doch so schnell platt so elite pirate ich brauche elite pirate ja ja wir sind dahinten guck mal rein dinge haust er wird 20 werden was ich will meine neue rüstung haben weißt du doch wie die aussieht ja das heißt ja nicht dass ich die nicht haben will nein das nicht ich habe ja auch nicht gesagt sie will wissen wie die aussieht ich habe gesagt sie will sie haben ja so ich habe jetzt eine karte ich brauche unbedingt noch schildi wir brauchen noch eine wahre elite karte und zwar piraten zbilling äh aira ich brauche noch schnelle schildis ja ich brauche noch schnelle schildis oh karte schildis schildi 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 ja ich habe sie jetzt brauche ich sie nicht mehr ich brauche nur noch die schildi karten ja und sie hat einen fallen lassen mal gucken haben wir glück haben wir glück oder ziehen wir wieder eine Niete wir haben glück hast du gut wo kommt das ganze glück her so warum habe ich denn eigentlich noch keinen weiteren titel hier alter warum habe ich so viele titel äh ich weiß nicht ich muss mir gleich nochmal eben kurz sagen wie man das ähm so eine Zauber in die Ablehnzeit wie man die verringern kann äh ja kann ich machen das wäre nett einmal auf K A äh dann auf aktive Fähigkeiten falls du da noch nicht bist doch bin ich ähm dann auf das P auf das P dann deine jeweilige Fähigkeit und deine Abklingzeit wird verkürzt was hast du davon lohnt sich aber erst wenn du das ab Level 20 machst na gut weil du dann nämlich die Punkte eh wieder neu verteilen musst nach jedem Berufswechsel brauchst du jetzt noch was Guck grad jetzt brauche ich noch der Joker Kiebing und Smarter Fino okay dann kannst du mir folgen warte ich wollte eben die Press abgeben wie tun sie die wie tun sie die pfui Mara schon wieder aufgetaucht nein Mara ist noch nicht wieder aufgetaucht 質arin auch mein bogen sieht voll aus Ich hab auch endlich mal ne Leuchtewaffe. Das erste Mal tatsächlich. So, hier brauch ich jetzt auch wieder Karten. Von was? Von allen. Von allen Viechern, die es hier gerade gibt. Das kann ich, wenn ich das aufzähle, bin ich morgen fertig. Nein! Warum hat der nicht geheilt? Warum hat der nicht geheilt? Bist du tot? Na, hast du dich selbst für den Tod geschickt? Das macht der nicht, das war ich ja selbst. Ja, ja, warte, vorhin auch. Biss Viecher, verdammte. Das ist einfach nur ganz schön. Ich hab den Filobro, ich glaub ich selber gar nicht mehr. Hebingebräuch. Hebing. Muss man hier wieder ne Ewigkeit auf dich warten. Joka Keeping habe ich. Joka Keeping habe ich. Immer noch dieser blöde Schleim. Und Pinky fehlt mir noch. Wann brauche ich noch? Wann? Räuber? Rock. Hebing. Abrollen. Bist du noch da? Noch da! Ja. Hm. Hast du ja nichts mehr gesagt. Ja, was soll ich auch sagen? War ja tot. Ich glaube, was ist auch sonst immer so viel? Ne, cool. Gar nicht. Wollen. Doch. Gar nicht. Ich bin aber immer so... Ich bin viel... Ich bin viel... Ist ja doch nie... Irgendwas. Oha. Ich habe jetzt die Echsenmänner hier fertig. Wenn ich nochmal die Wester... Okay, ich mache erstmal die Kebinge fertig. Dann beende ich den Karten. Ah, die Echsenmänner mache ich fertig. Hier sind die zwei. Sie haben eine Karte. Das ist sehr gut. Wohl wahr. Die Karten sind mein Freund. Manchmal. Ja, wenn ich sie kriege, die ich suche. So. Dann würde ich sagen, ich beende hier erstmal kurz den Part. Und wir sehen uns dann gleich für den letzten Part heute wieder. Also, ciao.